Frau Leindeckers, HR-Managerin. Was ist ein CHRO? Was macht er oder die? Er zieht ihn erstmal schönen guten Tag. Was ist ein CHRO? Das ist ganz leicht zu beantworten. Es ist ein Chief Human in der Hoffnung Relation, nicht Resources Officer. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und ist somit das Bindeglied zum Top-Management und dem Personalwesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017